Ja, kooperative Aufgaben! Das sind noch 130 Sekunden. Und so dritt geht das dann leider sehr schnell, deswegen das einzigste mal, dass ich hoffe, dass es eben nicht so schnell geht. Ich hatte nicht mal ein Quicktime Event. Ja, ich bin darüber froh. Das ist nämlich ein halber Herzinfarkt, wenn das kommt. Warum laufen wir zum Killer hin? Wie bescheuert sind wir? Ja, komm, kooperative Aufgaben! Oh nein, nicht schon wieder einer mit einer Kettensäge. Komm, der ist eh auf jemand anderes fokussiert. Nö, er kommt zu uns. Was ist das? Oh man, muss die Attacke sein Ja, als ob der das so lange machen kann Der ist doch voll gegengeknallt, Junge Was geht mit dir? Ja, die da hinten machen kooperative Aufgaben Ja, die da hinten kommen Och echt jetzt Ich wieder Muss das sein Immer ich Wieso Ja komm Ist ja so klar echt Ich hab die letzte Folge schon mein persönlicher Stalker genannt Jetzt kannst du das nicht auch noch sein Ach komm fick dich Das regt mich auf Ich hab die letzte Folge schon mein persönlicher Stalker genannt Ich hab die letzte Folge schon mein persönlicher Stalker genannt Wie wie lange Ich hab die letzte Folge schon mein persönlicher Stalker genannt Ich hab die letzte Folge schon mein persönlicher Stalker genannt Ich hab die letzte Folge schon mein persönlicher Stalker genannt Ich hab die letzte Folge schon mein persönlicher Stalker genannt Ich hab die letzte Folge schon mein persönlicher Stalker genannt Ich mach dich kalt Warum machst du mit mir keine kooperativen Aufgaben Was soll das Oh 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 Pinhead Jetzt weiß ich wer das ist Und hoffentlich ist es kein freundlicher Pinhead Ja ist egal Hey Weil die einzigsten Pinheads die ich jemals als Killer hatte Waren freundlich Und das hat mich so aufgeregt Weil es so ewig mal gedauert bis ich einen gefunden hab Und dann war das ein freundlicher Das hat mich richtig aufgeregt Hey nein Okay läuft auch wieder zurück Na gut Sag mal was ist denn mit dir Look __ Wenn du mit dir magst Und dann wirst du mit dir Kannst du dich Mach mich Und dann Am Ich bin auch scheiße so sind nicht irgendwie diese boxen sogar gott ich dachte schon das wäre der oder hinten wird irgendwas markiert ich glaube da ist die box oh oh so wie schnell der ist was hilfe wusste hin das ist mir egal wenn man das box ding verkackt ich glaube da wird man von so ketten festgehalten dann kommt der also kann er sich zu dir teleportieren ich glaube das ist richtig creepy und er sagt das so die open the box ok so was und haben sie natürlich das internet wieder sehr viel spaß gab mit dem satz jetzt wollte ich hier gerade kooperative aufgaben machen geht es wird nie mehr oder wird festgehalten oder wurde gerade festgehalten von den ketten wieso geht der nebenweg lang scheiße ich brauche gleich wieder diese box guck mal seht ihr das ich glaube wenn das voll kriegt dann kommt diese ketten auch deswegen gibt mir diese box zählt ist nicht sogar für jeden von befreit das war die vorher so deswegen ich mach das mal na oh shit Okay, er lässt ihn nicht liegen. Super, jetzt wollte ich da gerade hin. Ich mach wieder so eine Kiste. Das macht echt irgendwie Spaß. Ja, ne, da ist niemand anders dran. Obwohl, ach komm. Ich hab das doch gar nicht verkackt. Oder mehr, ach so, das merkt der. Oh, super, das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte nur, wenn man verkackt, hätte ich das nicht gemacht. Dann hätte ich das jemand anderem überlassen. Ach kommst du nicht, der einzigste, wo deine scheiß Kisten macht. Ach du scheiße, ich hasse die Farm. Nein. Ach fuck, da kann der ja auch durchsteigen. Was? Ach so, er macht das so. Oh, ich dachte schon. Ah, da ist ein Haken. Ah, dammit. Ich hab den Fluchspielzeug. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich meine, es hört sich nicht schlecht an. Was geht? Nein, nein, nein. Wieso macht der sowas? Jetzt jagt der ja eben mich. Ah ne, macht er nicht, okay. Ist das eigentlich voll die blöde Idee? Ich mach das zwar auch manchmal. Das gebe ich auch zu. Das ist verdammt bescheuert. Nein, ich scheiß auf diese Box. Scheiß auf diese Box. Ich werde die nicht machen. Was? Was passiert jetzt? Ach. Ja klar. Natürlich. Mein alter Freund. Na, was läuft denn so? Nein. 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 Geh weg. Nein. Geh weg. Nein. Nein. Geh weg. Nein. Geh. Was? Hilfe! Jetzt werde ich dir von Ketten misshandelt. Wieso? Dann mach wenigstens diesen Finish-Move. Komm Pinhead. Seid. Achso, das ist der letzte. Oh ne. Scheiße. Deswegen. Dann mach wenigstens diesen Special-Move. Und nicht einfach nur wieder an den Haken hängen. Weil das ist nämlich langweilig. Oh, wieso ist der denn so? Dann mach doch wenigstens diesen Finish-Move. Komm schon, er hat lang genug Zeit. Jetzt kommen wir frei dich doch mal. Er hatte ja so heftig lange Zeit, du. Komm. Mach, mach den Finish-Move. Komm sonst bist du langweilig. Oh, wie kann man nur so sein? Mein armer Stick. Der reißt den Reiß noch weg. Mach aber wenigstens einen Scheiß-Finish-Move, du langweilige Sau. ... ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Ich wechsle mal wieder den Überlebenden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe sogar noch eine Aufgabe mit Cheryl, dass ich die Ausgangstür öffnen muss. Also versuche ich mal zu überleben. Okay. 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 Auch nö. Tab, du weißt schon, dass du gerade in die Falle tappst. Soll es dich, dass du gerade in die Falle tappst. Oh. Oh. Ah crap. Oh, ich dachte jetzt schon die, dass die jetzt schon wieder hier auf mich gehen muss. Oh. Was ist das? 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 So, wenn ich jetzt Glück habe, habe ich auch noch diese kooperative Aufgabenmission abgeschlossen, weil ich habe ja eigentlich die zwei Generatoren... Ja, tatsächlich, ich habe beide gemacht. Alle täglichen Rituale wurden abgeschlossen, eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich diesen Tab adden, ich weiß nur leider nicht, wer dieser Tab ist, obwohl es werde ich ja sehen, das kann ich ja nachgucken. Oder warte, ich weiß gar nicht, wer das jetzt war. Einer von denen drei offensichtlich. Ja, ich werde mal nachher nachgucken und wenn ich von dem eine Freundschaft nachfragen will, dann werde ich sie annehmen. Äh! 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 Vielen Dank. Vielen Dank.